Höre zu, spreche Deutsch mühelos und lerne neue Vokabeln. Karl hat heute frei, er muss nicht zur Arbeit. Am Morgen bleibt er im Bett liegen. Erst um 11 Uhr steht er auf. Nach dem Frühstück trinkt er Kaffee und isst ein Stück Kuchen. Er mag den Geruch von frischem Kaffee am Morgen. Karl entschließt sich eine Fahrradtour zu machen und holt sein altes Fahrrad aus der Garage. Das Dorf in dem Karl wohnt, grenzt an einem großen Wald und es riecht nach Kiefern und Fichten. Während der Fahrt rauscht der Wind durch seine Haare und durch die Blätter der Bäume. Karl liebt dieses Gefühl der Freiheit, das Gefühl so weit zu fahren, wie ihn seine Beine tragen können. Am Nachmittag rastet Karl an einem kleinen Bach. Er hat sich Brot, Käse und Wurst mitgenommen. Er isst bevor er weiterfährt. Nach 10 Minuten Fahrt kann er nicht mehr in die Pedale treten. Seine Kette hat sich verklemmt. Mit seinem Handy ruft er sich ein Taxi. Das Taxi bringt ihn und sein Fahrrad wieder nach Hause. So schnell kann seine Freiheit also vorbei sein. Karl hat heute frei, er muss nicht zur Arbeit. Am Morgen bleibt er im Bett liegen. Erst um 11 Uhr steht er auf. Nach dem Frühstück trinkt er Kaffee und isst ein Stück Kuchen. Er mag den Geruch von frischem Kaffee am Morgen. Karl entschließt sich eine Fahrradtour zu machen und holt sein altes Fahrrad aus der Garage. Das Dorf in dem Karl wohnt, grenzt an einem großen Wald und es riecht nach Kiefern und Fichten. Während der Fahrt rauscht der Wind durch seine Haare und durch die Blätter der Bäume. Karl liebt dieses Gefühl der Freiheit, das Gefühl so weit zu fahren, wie ihn seine Beine tragen können. Am Nachmittag rastet Karl an einem kleinen Bach. Er hat sich Brot, Käse und Wurst mitgenommen. Er isst bevor er weiterfährt. Nach 10 Minuten Fahrt kann er nicht mehr in die Pedale treten. Seine Kette hat sich verklemmt. Mit seinem Handy ruft er sich ein Taxi. Das Taxi bringt ihn und sein Fahrrad wieder nach Hause. So schnell kann seine Freiheit also vorbei sein. Am Morgen bleibt er im Bett liegen. Bleiben Ich bleibe gerne zu Hause und lese ein Buch. Erst um 11 Uhr steht er auf. Aufstehen Jeden Morgen stehe ich um 7 Uhr auf. Nach dem Frühstück trinkt er Kaffee und isst ein Stück Kuchen. Trinken Nach dem Sport trinke ich immer viel Wasser. Essen In meinem Lieblingsrestaurant esse ich gerne Pasta. Er mag den Geruch von frischem Kaffee am Morgen. Mögen Ich mag besonders den Geschmack von frischen Früchten. Karl entschließt sich eine Fahrradtour zu machen. Sich entschließen Sie hat sich entschlossen, nächstes Jahr zu reisen. Und holt sein altes Fahrrad aus der Garage. Holen Bevor ich antworte, hole ich erst einmal Tiefluft. Seine Kette hat sich verklemmt. Sich verklemmen Die Tür hat sich verklemmt. Ich kann sie nicht öffnen. Am Morgen bleibt er im Bett liegen. Das Bett Nach dem Frühstück trinkt er Kaffee und isst ein Stück Kuchen. Das Frühstück Der Kuchen und holt sein altes Fahrrad aus der Garage. Das Fahrrad Die Garage Das Dorf, in dem Karl wohnt, grenzt an einem großen Wald und es riecht nach Kiefern und Fichten. Das Dorf Der Wald Die Kiefern Die Fichteder Während der Fahrt rauscht der Wind durch seine Haare und durch die Blätter der Bäume. Der Wind Das Haar Die Blätter Die Bäume Wie ihn seine Beine tragen können. Die Beine Am Nachmittag rastet Karl an einem kleinen Bach. Der Bach Er hat sich Brot, Käse und Wurst mitgenommen. Das Brot Der Käse Die Wurst Kann er nicht mehr in die Pedale treten. Seine Kette hat sich verklemmt. Mit seinem Handy ruft er sich ein Taxi. Die Pedale Die Kette Das Handy Zuhören und wiederholen Karl hat heute frei, er muss nicht zur Arbeit. Karl hat heute frei, er muss nicht zur Arbeit. Am Morgen bleibt er im Bett liegen. Am Morgen bleibt er im Bett liegen. Erst um elf Uhr steht er auf. Erst um elf Uhr steht er auf. Nach dem Frühstück trinkt er Kaffee und isst ein Stück Kuchen. Nach dem Frühstück trinkt er Kaffee und isst ein Stück Kuchen. Er mag den Geruch von frischem Kaffee am Morgen. Er mag den Geruch von frischem Kaffee am Morgen. Karl entschließt sich eine Fahrradtour zu machen und holt sein altes Fahrrad aus der Garage. Karl entschließt sich eine Fahrradtour zu machen und holt sein altes Fahrrad aus der Garage. Das Dorf, in dem Karl wohnt, grenzt an einem großen Wald und es riecht nach Kiefern und Fichten. Während der Fahrt rauscht der Wind durch seine Haare und durch die Blätter der Bäume. Karl liebt dieses Gefühl der Freiheit, das Gefühl so weit zu fahren, wie ihn seine Beine tragen können. Karl liebt dieses Gefühl der Freiheit, das Gefühl so weit zu fahren, wie ihn seine Beine tragen können. Am Nachmittag rastet Karl an einem kleinen Bach. Er hat sich Brot, Käse und Wurst mitgenommen. Er hat sich Brot, Käse und Wurst mitgenommen. Er isst bevor er weiterfährt. Nach 10 Minuten Fahrt kann er nicht mehr in die Pedale treten. Seine Kette hat sich verklemmt. Mit seinem Handy ruft er sich ein Taxi. Das Taxi bringt ihn und sein Fahrrad wieder nach Hause. Das Taxi bringt ihn und sein Fahrrad wieder nach Hause. So schnell kann seine Freiheit also vorbei sein. So schnell kann seine Freiheit also vorbei sein. Liebe Leute, ich bin dankbar für eure kontinuierliche Unterstützung auf meinem Kanal. Wenn euch der Inhalt gefällt, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und das Video zu mögen. Teilt es gerne mit euren Freunden, denn eure Unterstützung bedeutet mir viel. Vielen Dank! Zuhören und Wiederholen Zuhören und Wiederholen